Absperrbänder der Polizei sichern den Tatort. Die Laube eines Dauercampers auf einem abgelegenen Platz in Lückte in Ostwestfalen. Der 56-Jährige hat hier seit 30 Jahren gelebt. In den letzten 10 Jahren soll er hier zusammen mit 2 Mittätern Kinder sexuell missbraucht haben. In einem Ausmaß, das selbst hartgesottene Ermittler mitnimmt. Wir sprechen hier vermutlich von mehr als 1000 Einzeltaten. Wir haben insgesamt 23 Opfer identifizieren können. Das ist nichts Alltägliches für uns. Der Umfang des Verfahrens und die Art und Weise der Ermittlungen motiviert uns einfach mit aller Kraft, die wir haben, diesen Fall aufzuklären. Die Opfer waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. Der Hauptverdächtige soll für sie Ausflüge organisiert, Geschenke gemacht haben, um so ihr Vertrauen zu erwerben. Der 56-Jährige und ein 33-Jähriger sollen die Kinder im Wechsel missbraucht und gefilmt haben. Der dritte Mann gilt als Auftraggeber. Kinderpornografisches Material in unvorstellbaren Mengen finden die Ermittler. Über 400 CDs und DVDs wurden sichergestellt. Wir haben im Moment ein Datenvolumen zur Auswertung von 14 Terabyte. Die Kinderpornos sind im sogenannten Darknet angeboten worden. Einem Teil des Internets, das auch oft von Kriminellen genutzt wird. Auch in diesem Fall waren es einschlägige Chatrooms oder auch Foren, auf denen anonymisiert agiert wurde. Was wir jetzt zum heutigen Stand schon sagen können, dass durchaus Live-Chats stattgefunden haben. Die Täter fliegen erst auf, als eine Mutter Ende letzten Jahres einen möglichen Missbrauch ihrer Tochter anzeigt. Wir haben festgestellt, dass es sich bei der Missbrauchten um die Freundin eines siebenjährigen Pflegekindes gehandelt hat. Zeitnah wurde dann die Inobrundnahme des Pflegekindes eingeleitet. Die Ermittlungen führten am 06.12. zu der Festnahme des alleinerziehenden Pflegevaters. Keiner scheint geahnt zu haben, was sich hier zehn Jahre lang abgespielt hat. Das an sich hat uns schon schwer geschockt, weil der Mann hier seit Jahrzehnten Gast ist. Und diese Tat eben keiner zugetraut hat. Weder ich oder weder meiner Familie, mir noch sämtlichen Gästen, mit denen ich bislang gesprochen habe. Nach der Festnahme melden sich weitere Opfer bei der Polizei. Den Behörden ist der Pflegevater bekannt. Schon 2016 gab es Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdung, nicht wegen Missbrauchs, sondern Verwahrlosung. Es gab Meldungen, dass möglicherweise mit dem Kind was nicht in Ordnung sein könnte in der Verbindung dort, wo sie lebt. Und das hat sich aber nicht so gravierend herausgestellt, als dass man eine Kindeswohlgefährdung hätte feststellen müssen, um die beiden wieder voneinander zu trennen. Die Mutter hatte ihre Tochter bei ihrem Bekannten in Pflege gegeben, weil sie selbst wohl mit der Erziehung überfordert war. Alleinerziehender Mann auf einem Campingplatz scheint für das zuständige Jugendamt kein Problem zu sein. Er hat dort einen festen Wohnsitz, der auch winterfest ist. Dort sind Räume, dort sind Waschmöglichkeiten, dort gibt es eine Waschmaschine, eine Küche. Das Kind hat da seinen eigenen Schlafbereich. Die Staatsanwaltschaft will prüfen, ob die Behörden richtig gehandelt haben. Die Polizei geht davon aus, dass es möglicherweise noch viel mehr Opfer gibt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei geht davon aus, dass es nicht mehr Aufmerksamkeit geht. Vielen Dank.